Hey, Internet und YouTube, zurück mal! F.A.C.T. 3! Wir suchen den seltenen Gelbnacken... ...Dingens? Weil wir sind pleite, weil ich dieses Ding gekauft habe. Dieses große... Shut up! Bist du in der Gelbnacken-Ding? 360, no scope! Und die Gelbnacken! Du bist ein Blaunacken! Ah, hierhin! Ah, es ist anvisiert, Baby! Friend! Headshot! For the win! Oh mein Gott! Bist du's? Du hast das Zeichen gehabt! Komm mal her! Fuck! Nein! Warum hattest du das Zeichen? Oh du! Oh! Da schüttelt er sich nochmal ab! Wow! Wow! Wo ist's denn? Wo ist's denn? Beruhigen wir uns aber wieder! Au! What? Au! Au! Warte! Ein Bissen! Einmal aus deinem Gepäck! Und ich hab fast alles verloren! Muss nachladen! Noch ein Schuss! Okay! Wahnsinn! Ein Bissen! Ich hab... Warte! Bleib hier! Bleib hier! Ich hab's nicht heute! Papier! Papier! Du idiotischer, blöder Vogel! So schlimm als jeder... Ähm... Boss, Endgegner! Thanks! Manni! Manni! Okay! Du! Ich muss... Ich brauch zwei... Was? Zwei Haie, oder? So! Direkt zu dir! Deswegen machen wir eine kleine Bootstour! Obwohl ich jetzt komplett vergessen habe! Für was ich eigentlich das Hiding brauche! Das ist lustig! Oh! Ich kann sehen, ob sie geschützt! Wir sind wahrscheinlich ein bisschen drüben! Ich kann mir kurz wieder befinden, dass er haltet... Kleine Boots und... Oh, wer ist denn hier?! Ist du ein Feind? Was ist das? Jaas! Wenn ich dich aufs Geht geschützt, Baby! good swim so das blut sollte die haie eigentlich anlocken oder es ist wirklich wenn die nicht diese waffe naja das genau kommt nach sind werde ich das ging aber flott ist das drüben einer nennen 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 lass mal los ich will hier los soll ich einfach hier einspringen wo ist denn das blöde hier unter wasser ist das ist die spiegelung ja 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 luft holen hat doch einer ledig so tief kann ich auch nicht tauchen nennen 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 kratzen wir jetzt nicht sind hier jemanden ein bisschen ärger haben will wäre der fahrt steig um Oh, die Schütz, Baby! Und sag Dankeschön! Es war bezaubernd! Dankeschön! Ich werde gleich beim Ziel laufen, oder? Wartet doch! Freunde! Hopp! Muss ich das hier? Meins? Falls das mein Boot mal war, oder für mich ja die sein sollen... ...hat sich wohl erledigt! Gut, ich schätze, hier macht niemand mehr! Irgendwelche... ...kurz warten... Ich warte seit Stunden, du Arsch! Komm, jetzt lad er nach! Ich warte seit eineinhalb Stunden, deswegen muss ich den Cut machen! Das ist ein blödsinniger Hai auftaucht! Ich bin schneller hier unter Wasser! Zum Häuten! Ja, hier ist ich gut! Da sind eins, jetzt ist noch einer hier! Ich hätte auf euch draußen auch warten können, aber ich habe nicht zu viel... ...schwimmdingens! ...dass ich... ...dass ich... ...nurbei... ...tauchen kann! Aber Gott sei Dank seid ihr so krass! Was ist denn? Wie geht los? Wir haben keine Ahnung, was ich mit Freunden gemacht habe, oder? Immer wieder neu spawnen, oder was, Freunde? Ich werde... Cheater! God-Mode Cheater! Okay! Fähigkeit! Ne, Herstellung! Danke! Ah! Pupp! Stasche! 6.000 Dollar! Und die erweiterte? Fell des Einhauts! What? Zutat, die bei einer Pfade sehe! Ach so, auf Zufallsprinzip! Aber okay! 6.000 Dollar kann ich tragen! Na, das ist doch wunderbar! Oh! Brennstoffgurt für Flammen! Dings! Habe ich was? Oh! Habe ich jetzt gerade geklickt? Ah! Ja gut! Ähm... Okay! Eine Granate kann ich noch? Wir haben noch einen... ...Springpfeil hier! Ja, damit! Besser als die Dinger! Okay! Als Granaten! So! Brennstoffgurt für Flammenwerfer habe ich schon alle! Woher auch? Okay! Macht nichts! Waffengurt habe ich alle! Die Waffen ist hier das höchste! Okay! Alles! Wir sehen! Brieftaschen! Gibt es nur noch eins dann! Haben wir das erledigt wenigstens! Spritztasche wäre noch nicht schlecht, oder? Hunde! Brauche ich für die Dinger! Ja, ich glaube das brauche ich nicht! Da habe ich doch so viele... Ah! Hunde, Hunde, Hunde! Und der Typ? Starker Rucksack! Okay! Ah! Wo habe ich nur noch zwei Schuss? Weil ich bin eher hier umballerin! Das ist aber echt nicht gut, dass ich jetzt zwei Schuss habe! Ich muss doch glatt! Okay, ich muss hier hin! Hier bin ich! Ich sehe überhaupt nicht, wo ich... Oh Mann, ich brauche... Da muss ich aber den ganzen Weg sonst wieder... Ne, ne, da fahre ich jetzt! Ah, ist doch zum Kotzen! Ich will diesen Funkturm jetzt! Was? Was? Einen Augenblick! Ah! Ah! Multikill my friends! Und... Vxp! Ah, da bin ich aufgelaufen! Jetzt ist schon wieder ein High here! Soll ich echt nicht so nahe kippen! Ah! Es kippt! Multikill xp! I'll take it! Oh! What? Hm! Enttäuscht! Ich bin enttäuscht! Ich bin enttäuscht! Und... Ich bin enttäuscht! Ich bin enttäuscht! Ich bin enttäuscht! Ich bin enttäuscht! Direkt in die Höhle! Komm! Gut gepackt! Ich bin enttäuscht! Give me money! Money! Ja gut! Schön, dass wir uns das angesehen haben! Dann! Kann ich nicht drauf... Gleiten? Gegen die Physik? Vielleicht mit einem richtigen Tattoo? Maybe! Ist alles möglich! Wenn du nur willst! Hunde! Oh fuck! Ein Augenblick! Wartet kurz! Ah shit! Nicht beißen! Okay! Komm her! Jawoll! Nächster bitte! Schön! Und ich hab schon! Sofort! Was ist die starke? Leopardenfeld 2! Wir haben kein Problem! Okay, okay! Sieben und sieben! Gut! Haben wir auch die Medizin! Halleluja! Das ist das was ich brauche! Alles andere! Ich bin völlig wurscht! Woody Woodpecker! Versteh dich! Das war dein Freund, der andere gelbe Typ! Komm ich hier jemals hoch? Natürlich hier hinten! Oh shit! Oh shit! Yeah! Ich dachte es ging weiter! Oh! Oh hi! 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 You are going to the high! Hi! Gib mir diesen... Weißt du was? Was? Ja, das ist genau falsch! Oh fuck! Ich hab das ver... Hier stand fu... Fuck! Da stand W nach vorne zu... Okay! Ich dachte er würde das automatisch machen! Ich hab überhaupt nichts drauf geachtet! Okay! I really thought er würde das automatisch machen! Okay F... Takedown und dann B drücken für den nächsten! Alright! Next! Next time! Next time! Get it next! Aber Gott sei Dank seid nur ihr hier! Und die anderen Dinger hier werden, wäre ich ziemlich angepieselt! Weil... Gute! So... Diese Krokodils... Dinger! Dinosaurier möchte ich im... Wer? Wer? Versteck nicht hinter diesem Blatt! Gibt's hier los? Martin! What the... Ist denn hier für eine kleine Straßensperre errichtet worden oder was? Das kann ich überhaupt nicht zulassen! Gib mir... Ähm... Acht! Ja! Gib mir! Jetzt hör mal auf zum Rutschen, ehrlich! Wahnsinnig! Okay! Okay! Jetzt war er durch! Ausbudden! Oh! OH HO HO! Burn, BABY! Just flickt ihm ab nix! Er kann sich merken, schlöp! Auch? Ist mir wurscht, ob ich dabei draufgehe. Sieht einfach gut aus. Okay, das Sprengdinge ist super, aber das andere... Hey! Direkt beim Autor? Ah, ich hab nicht aufgezogen! Was ist denn jetzt? Ah, jetzt hab ich den normal im Fall. Nein! Du warst hinter dem Berg, du sind verarscht! Die Handzeige. Bitte! Nein! Hör für mich! Ja! Also der Brandding hat mich jetzt nicht sexy gemacht, muss ich sagen. Was? Wie? Keine Munition hier, oder was? Nicht die, die ich brauche, natürlich. Oh, hi! Oh, verdammt! Die zwei hier! Du musst dich umdrehen, dann... Du musst den Tag down, mein Freund. Okay, ich muss den... Ich komm nicht hin. Scheiß Rebellen! Wofür kämpfen die überhaupt? Okay, ich komm weg! Angreifte halt Dingsbomben! Das hast du gut gemacht. Boah! Do not with me. Was hast du davon? Ihr seid ziemlich feuerfeste Burschen. Das... Find ich jetzt nicht so prickelnd, muss ich ehrlich sagen. Die Sprengung ist super. Oh, hi! Oh mein Gott, ist das süß. Eine Mine legen. Oh, seit wann habe ich das? Wo kam das her? Was habe ich gedrückt? Sechs? Ah! Fünf? Oh, zu viele Dinge. Äh, Freunde? Einer der! Wahnsinn, die Viecher ziehen mehr Energie, aber als alles andere. Komm her jetzt. Brauche ich sicher irgendwann mal, oder? Irgendwann für irgendwas? Keine Ahnung. For the Money auf jeden Fall jetzt mal hier. Okay! Okay! Hey!